In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Gibt es bald einen zweiten Niederlande Grand Prix im Rennkalender? Pflichteinsätze für Nachwuchsfahrer ab 2022? Q2-Reifenregel wird 2022 abgeschafft? Erste Wilde aus Bar wegen der neuen Urouge. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der Grand Prix-Blog berichtet, dass der TT Circuit Assen laut Sportfahrmarkter Chris Wörz ab 2023 damit beschäftigt sei, einen zweiten Niederlande Grand Prix zu organisieren. Die Finanzierung sei abgeschlossen und es gibt einige kleinere Anpassungen an der Strecke und sie hoffen, dass sie in den Kalender aufgenommen werden. 145.000 Menschen kann man in Assen unterbringen, das sind 15.000 Menschen mehr als in Zandvoort. Aktuell hat der TT Circuit den 4 Grad 2, aber für eine Formel 1-Veranstaltung auszurichten, benötigt man den 4 Grad 1. Schreibt mir mal eure Meinung zu Assen und der Formel 1 in die Kommentare, ob das eines Tages etwas werden könnte. Ab 2022 müssen die Teams in zwei erste freie Training-Sessions ihren Nachwuchsfahrer fahren lassen. Denn private Tests mit älteren Boliden sind kostspielig und sie bekommen selten eine Gelegenheit, ein aktuelles Auto zu fahren. Aber es gibt jetzt eine Änderung. Beim vergangenen Grand Prix in Mexiko verständigten sich die Teamchefs darauf, dass jedes Team seine Nachwuchsfahrer zu beliebigen Grand Prix fahren lassen darf und das zweimal pro Saison. Im sportlichen Reglement soll festgelegt werden, dass jeder Fahrer einmal im ersten freien Training zugucken muss. Der Nachwuchsfahrer muss mindestens 25 Superlizenzpunkte vorbeißen und darf nicht mehr als zwei Grand Prix-Starts haben. Weil die Mechaniker nach einem harten Formel-1-Jahr etwas früher zu ihren Familien zurückkehren wollen, wird in der kommenden Saison der Young Driver Test nur an einem Start wie bisher an zwei Tagen stattfinden und dieser soll Dienstag stattfinden. Man dachte an den Montag, aber das hätte für die Mechaniker wegen der Startzeit eine stressige Nachtschicht bedeutet. Dafür dürfen aber beide Autos pro Team eingesetzt werden. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. In der Saison 2022 wird die Q2-Reifenregel fallen gelassen, womit die Top-10-Fahrer auch entscheiden dürfen, mit welchem Reifen sie an den Start gehen. Pirelli arbeitet noch an Ideen für eine umweltfreundliche Formel 1. Die Regel im Gesetz sollte die Rennen eigentlich spannender machen. Wie die Regel funktioniert, weiß jeder von euch. Sportchef Ross Brawn kündigte an, die Q2-Reifenregel noch einmal zu überdenken, aber die Abschaffung sollte kein großes Thema sein. Das Reglement für 2022 sieht jedenfalls keine Q2-Regel vor, also kann jeder Fahrer mit dem Reifen starten, den er möchte. Ein Teammanager erklärte gegenüber Automotoren Sport, dass die Regeländerung bereits vor drei Jahren mit einfacher Mehrheit der Teams beschlossen wurde, aber auch ein paar Teams haben dagegen gestimmt. Was die Sache mit der Umwelt angeht, erklärte Pirelli-Sportchef Mario Isola, dass sie schon einige Gespräche mit den Teams, den Verantwortlichen der Formel 1 und der 4, geführt haben. Einige Vorschläge liegen zur Reifenreduzierung auf dem Tisch, aber die Schuhe soll nicht darunter leiden. Isola habe ein paar Ideen, die bereits 2022 an vereinzelten Rennwochenenden ausprobiert werden können, aber wie genau diese aussehen, verriet er nicht. Nur für die Inters und die Regenreifen gibt es konkrete Vorschläge zur Verwesterung der Nachhaltigkeit. Ob man die eben genannten Reifen von der Felge ab und wieder aufziehen kann, um sie wieder zu verwerten, wird noch untersucht. Denn derzeit ist es so, dass solche Reifen im quasi ungenutzten Zustand entsorgt werden, wenn es an einem Rennwochenende mal nicht regnet. Wenn man solche Reifen einmal von der Felge herunterzieht, sind sie unbrauchbar. Es könnten sich aber mit den neuen 18 Zoll Reifen neue Möglichkeiten ergeben, weil sie verstärkte Seitenwände haben und auch standardisierte Felgen eingeführt werden. Schreibt mir mal eure Meinung zu der Reifenregel und der Nachhaltigkeit in die Kommentare. Der Twitter-Account TheRacingBlog hat erste Bilder zum neuen vorläufigen Layout der Eau Rouge veröffentlicht. Wie man anhand dieser Bilder erkennen kann, soll die Schikane mehr wie ein S aussehen und die Geschwindigkeit soll geringer werden. Die Bauarbeiten auf der Rennstrecke kommen voran, denn man hat schon das Hauschalet abgerissen, um die Auslaufzone zu vergrößern. Auch eine Tribüne soll dort errichtet werden. Apropos Twitter, wer quasi keine News mehr zur Formel 1 verpassen möchte, kann mir dort gerne folgen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von CobraLFerrarioF1212 und er fragt, siehst du nächstes Jahr Leclerc und Russell als Titelkandidaten? Die Frage kann ich dir erst nach den ersten drei oder vier Grand Prix beantworten, da wir dann anhand der neuen Fahrzeuge wissen, wer die Nase vorne hat. Aber wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, dass beide auf einem Level sind und vorne mitfahren, aber ob es für den Titel reicht, ist schwer zu sagen. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, wer Valtteri Bottas Teamkollege für 2022 wird und welchen Vertrag er bekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal!